Heute ist Internationaler Kindertag, Grund genug auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Kinderarmut ist keine Privatsache. Dieses Thema geht uns alle an. Deswegen fordern wir als Sozialverband VdK Deutschland, dass das Thema Kinderarmut ganz oben auf die politische Agenda kommt. Es braucht dringend ein Bündel von Maßnahmen, um allen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Teilhabe fängt am Anfang des Lebens an und dafür braucht es Leistungen, die unbürokratisch sind und die den Familien bekannt sind. Der Sozialstaat muss hier dringend handeln.